Das Behandlungszentrum Donka in Konakry. Alle, die zum Impfen kommen, müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben. Denn hier wird eine klinische Studie durchgeführt, um eine Ebola-Impfung zu testen. MSF beteiligt sich daran und hat bereits über 1200 Personen geimpft. Die an vorderster Front gegen die Krankheit kämpfen. Die Impfung wird zudem bei Menschen getestet, die zu Infizierten Kontakt hatten. Erste Ergebnisse zeigen eine hohe Wirksamkeit. Die klinische Studie muss nun fortgeführt werden, um die Impfung an einer grösseren Gruppe zu testen und herauszufinden, wie lange sie Schutz bietet. Obwohl die Ebola-Epidemie gebremst wurde, breitet sich die Krankheit immer noch alarmierend schnell aus. In den letzten Monaten wurden wöchentlich 20 bis 30 neue Fälle registriert. Vor einem Jahr rief erzs ohne Grenzen, die internationale Gemeinschaft zum dringlichen Handeln gegen die Krankheit auf. Die Hilfe traf schliesslich ein, doch nun scheinen die Anstrengungen nachzulassen. Bis die Impfung auf breiter Basis durchgeführt wird, bleibt die Bedrohung bestehen. In Liberia, wo Anfang Mai das Ende der Epidemie verkündet wurde, kam es im Sommer zu sechs neuen Ansteckungen. Die Rückkehr von Ebola in Liberia könnte durch Ansteckung eines Überlebenden ausgelöst worden sein. Dieses Risiko muss näher erforscht werden, um die Übertragung noch besser zu verstehen, wie auch die Nebenwirkungen, unter denen Überlebende nach der Heilung leiden können. Die Impfung gegen Ebola ist das beste Mittel, um die Übertragungskette zu unterbrechen und das Leiden der Einheimischen Bevölkerung zu beenden.